Unser Album heißt Eskapism, weil es einfach darum geht, seine eigene Welt zu erträumen. Darum geht es in den Texten, das ist die Einstellung, die Philosophie der Band. Wir schaffen uns unsere eigene Welt und eben, wenn wir uns diese eigene Welt erträumen können, dann können wir die Träume tatsächlich auch leben. Dann können wir tatsächlich was davon auch machen, was sich dann auf die reale Welt auswirkt. Wenn man einen Traum hat, dann kann man den verfolgen und kann den tatsächlich erreichen. Das ist ja was sehr Positives. Es wäre schlimm, wenn wir keine Träume hätten. Das heißt, wir hätten dann keine Hoffnung, das wäre schrecklich. Und es bietet, ich sehe, das ist unser Job, als Künstler ist es unser Job, für die Menschen zu träumen. Die gehen vielleicht acht Stunden am Tag arbeiten und abends bieten wir denen eine Alternative. Die können unser Album reinlegen und können vielleicht damit auch ihren Traum träumen und vielleicht dann auch ein Stück weit leben.